Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge For The People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der großartigen Romy Höhne. Genau, unser Tag ist vorbei, wir haben alle Sachen gemacht. Ich weiß nicht, wir haben jeden Tag bestimmte Briefe von den Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die bestimmte Dinge wissen, wo wir Dilemmata lösen müssen. Wir haben unsere Karte, wo Dinge passieren, wir haben Ressourcenmanagement, wir haben Briefe bzw. quasi kleine eigene Akten hier in dem Briefumschlag von einem pensionierten Journalisten, der Sachen in Eisen 1 aufdeckt und wir haben Dossiers über wichtige Persönlichkeiten der Stadt. Wir haben zwei Telefone und wir haben auch eine Landkarte, da haben wir eigentlich noch nicht drauf geguckt. Ich habe auch Angst, da jetzt drauf zu gucken. Aber wir starten jetzt einfach mal den nächsten Tag. Und ich bin gespannt, was der 16. September bringen wird. Der 16. September 1988, nach der Spielzeit. Okay. Ah ja, okay, Ergebnis des 15. September. Wir haben ein klein wenig Geld ausgegeben. Oh, wir haben etwas Ansehen in der Partei verloren, minus 5. Und wir haben in keinem Bezirk unsere Zustimmung verbessert. Wir haben es auch nicht schlimmer gemacht. Wir haben es nicht schlimmer gemacht, das stimmt. Ja, stellen Sie sich vor, er hat mich einfach verlassen, ohne irgendetwas zu erklären. Es tut weh, das alles zu sehen, solch eine schreckliche Gleichgültigkeit. Ich bin so wütend auf diesen undankbaren Menschen. Wie konnte er mit mir so umgehen? Das ist ja abscheulich. Wozu sagte er? Ah, guten Tag. Sind Sie das erste Mal bei uns? Ja, ich bin erst seit kurzem hier in der Stadt. Ihr habt es gut hier. Seit kurzem? Genau wie unser neuer Vorsteher des Stadtkomitees? Dann müssen Sie unser frisches Weißbier probieren. Es wurde heute am Morgen geliefert. Ja, danke. Ein Bier bitte. Und für den Vorsteher des Stadtkomitees gestatten Sie, mich vorzustellen. Mein Name ist Francis River. Also sind Sie... Guten Tag, Genosse Vorsteher des Stadtkomitees. Entschuldigung, dass ich zugehört habe, doch... Genosse River? Es ist so angenehm, Sie zu treffen. Ebenfalls. Ich dachte immer, dass Führungspositionen nur von alten Menschen besetzt sind. Ich denke, Sie haben vom Parteikurs der Verjüngung der Führungspositionen gehört. Übrigens, Emma Dorner. Du kannst mich liebten. Sie können mich einfach Frank nennen, Emma. Warum sind Sie denn so schlecht gelaunt? Weißt du, Frank? Manche Männer schätzen einfach nicht, was man für sie tut. Das ist so niederträchtig. Aber lass uns über etwas anderes sprechen. Ich möchte den Abend nicht verderben. Uiuiui. Lass uns auf diesen Abend trinken. Belana fehlt noch. Klir, klir. Ja, an jeder Hand eine andere Hossi. Ich habe schon lange nicht mehr so einen angenehmen Abend verbracht, Frank. Vielleicht können wir das wiederholen. Morgen zum Beispiel? Dann zur selben Zeit am selben Ort? Okay, er hat also auch ein Privatleben. Ja. Guten Morgen, Francis. Guten Tag, Helen. Ich sehe, dass du beschlossen hast, dass du keinen freien Tag brauchst. Oh, ich würde gerne einen anderen Takt reinnehmen, wenn Sie nichts dagegen haben. Sie haben zudem die offiziellen Dokumente für die Haushaltsverteilung nicht ausgeführt. Das ist nicht ganz einfach und ich könnte mir nicht verzeihen, wenn ich sie ohne meine Hilfe allein habe. Ha, ha. Gut, Helen. Also, welche offiziellen Dokumente muss ich ausfüllen? Wie zur Haushaltsverteilung, Francis. Die Mittel sind begrenzt und wir müssen zwei Behörden auswählen, deren Finanzierung die Stadt erhöhen kann. Bevor Sie jedoch eine Behörde für die Finanzierung auswählen, sollten Sie sich mit Ihren Berichten vertraut machen. Ich habe Sie in einem Stapel auf den Tisch gelegt, anstelle der Beschwerden. Okay, geht direkt rein hier. Tja, und dann steigen wir jetzt mal in die Sachen ein, die wir hier bekommen haben, also von den verschiedenen Behörden. Wir können zwei unterstützen, hat sie gesagt, ne? Mhm. Also, fangen wir mit dem ersten an. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, den Genossen Francis River von Carl Beckett, Chefarzt des ersten städtischen Krankenhauses von Eisen 1. Zustand des ersten städtischen Krankenhauses der Stadt Eisen 1 am 12.09.1988. Dienstfahrzeuge gemäß Plan 8, Dienstfahrzeuge vorhanden 8, Abnutzung der vorhandenen Geräte? Nix. Vierten Zustand der Räumlichkeiten der ersten städtischen Polyklinik, Räume entsprechend der Norm der Verordnung Nummer 18 des Komitees für Gesundheitsfürsorge der Gesamtkommune vom 11. April 1979. Meine Fresse. Zahlung der Gehälter festgesetzt, entsprechend dem Gesetz der Gesamtkommune vom Blah Nummer 23, erfolgt im vollen Umfang. Sechstens Gewährung der Sozialleistungen festgesetzt, entsprechend dem Gesetz der Gesamtkommune vom Blah Nummer 23, erfolgt im vollen Umfang. Der Zustand der ersten städtischen Polyklinik erachte ich für mehr als zufriedenstellend. Ich schlage dem Stadtkomitee vor, eine rechtliche und finanzielle Grundlage für die Verbesserung des Systems der Krankenversicherung aller Angestellten der Stadt Eisen 1 vorzubereiten. Carl Beckett, Chefarzt des ersten städtischen Krankenhauses von Eisen 1. Ähm, das ist schon so eine Sache, die aus dem letzten Stream ist, ne? Mhm. Ähm, also, aber erstmal Polyklinik, das Wort, weil es im Chat angemerkt wird, äh, Polyklinik kenne ich auch, äh, ähm, aus, äh, Westdeutschland. Also, das ist, ich würde nicht sagen, dass das, äh, ein schönes Ost-West-Wort ist, aber, äh, ähm, Horstie, sag mal, wie du das genau meinst. Also, ich kannte in meiner Zivildienstzeit, okay, das war natürlich auch nach der Wende, äh, kannte ich auch, äh, mehrere Polykliniken, äh, in, äh, in Westen. Also, ich glaube, ich würde das nicht als Ost-West-Wort, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Auf jeden Fall hatten wir von Carl Beckett, der hat halt schon was mit dieser Krankenversicherung. Und wir, als wir die Rede gehalten haben in dieser Gießerei, in dem, in dem Wolframwerk, kam einer der Arbeiter und meinte, wir müssen die Reform der Krankenversicherung zurücknehmen. Also, irgendwas ist da gemauschelt worden zwischen unserem Vorgänger, dem Arzt und, äh, äh, irgendwie anderen Leuten. Also, diese Krankenversicherung ist, glaube ich, nicht zum Wohle der Werktätigen. Zumindest nicht zum Wohle aller Werktätigen, weil, soweit ich das verstanden habe, sind, sind nur die Mitarbeiter dieses Stahlwerkes mit der Krankenversicherung abgedeckt, alle anderen, glaube ich, nicht. Ja, aber einer von den Mitarbeitern des Stahlwerkes hat, wollte uns ja nach der Rede ansprechen und gesagt, wir sollen die Reformen überdenken. Also, die... Wer weiß, was da noch drinsteht. Ja, genau, also, das ist, äh, das riecht für mich alles ganz, ganz, äh, ähm, ganz, ganz schlimm. Mhm. Okay, nächste. Okay. Ja, das ist das Nächste. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis Rüber, von Oberstleutnant Silvester Bayer, Leiter des Brandschutzkomitees von Eisen 1. Bericht über die Lage des Brandschutzkomitees der Stadt Eisen 1, PR 12.09.1988. Lage des Brandschutzkomitees. Dienstfahrzeuge gemäß Plan 13. Dienstfahrzeuge vorhanden 10. Äh. Abnutzung der vorhandenen Geräte 70%. Shit. Viertens. Es ist eine, äh, äh, eine Auffüllung durch folgende Fahrzeuge erforderlich. Mehrzwecklösch- und Rettungsfahrzeug mit Vorrichtung zum Löschen mit temperaturaktivem, äh, aktiviertem Wasser. Zwei Stück. Rettungswagen, ein Stück. Fünftens. Zahlung der Gehälter festgesetzt entsprechend dem Gesetz des Gesamtkommune vom 22. November, Nummer 23. Erfolgt im vollen Umfang. Wie schön. Sechstens. Gewährung der Sozialleistungen festgesetzt entsprechend dem Gesetz der Gesamtkommune, äh, erfolgt im vollen Umfang. In Verbindung mit der nicht erfolgten Zuweisung von Mitteln aus dem Haushalt im Laufe der letzten fünf Jahre zur Durchführung planmäßiger technischer Wartungen des Fuhrparks wurden drei Dienstfahrzeuge, die ihre Funktion nicht mehr erfüllen konnten, entsorgt. Die übrigen funktionsfähigen Dienstfahrzeuge erfordern eine umgehende, umfassende technische Prüfung zur Feststellung aller eventuellen Mängel sowie Durchführung der notwendigen Reparatur. Ausgehend von den obigen Ausführungen bitte ich Sie, dem Brandschutzkomitee Mittel aus der städtischen Haushaltsreserve für die Durchführung der oben genannten Maßnahmen sowie für Zukauf und Anlieferung der benötigten Dienstfahrzeuge zuzuweisen. Von Oberleutnant Silvester Bayer, Vorsitzender des Brandschutzkomitees der Stadt Eisen 1. Das hatten wir beim letzten Stream auch. Der hat uns, glaube ich, auch angesprochen und uns nochmal gesagt, dass wenn die Feuerwehr nicht funktioniert, unsere gesamte Stadt anbrennt, sollte mit dem Stahlwerk irgendwas sein. Ja genau, er hat nicht genug Mittel, um einen Brand im Stahlwerk herzuwerden, dass es mittlerweile so schlimm gekommen ist. Also er hat nicht irgendwie gedroht, sondern er hat gesagt, wir sind schon jahrelang unterfinanziert. Ich wäre jetzt, das klingt nach einer guten Möglichkeit zu fördern, dann gucken wir weiter. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River, vom Leiter der AIS von Eisen 1, Oberst John Chester. Zustandbericht der Abteilung für innere Sicherheit. Abteilung für innere Sicherheit ist AIS. Der Stadt Eisen 1 per 12.09.1988. Zustand der AIS-Dienstfahrzeuge gemäß Plan 6, Dienstfahrzeuge vorhanden 6. Es ist eine Aufstockung des Personals der städtischen Miliz im Umfang eines Zuges 30 Mann für die Gründung eines Spezialkommandos gemäß Erlass des Vorsitzenden des Komitees für innere Sicherheit erforderlich. Es ist der Kauf von Ausrüstung für die Gründung eines Spezialeinsatzkommandos gemäß Erlass des Vorsitzenden bla 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 erforderlich. Es ist die Aufstockung des Dienstfahrzeugsfuhrpark um zwei Fahrzeuge erforderlich. Im einzelnen Kfz für die Beförderung von Verdächtigen und Angeklagten ein Stück. Geländegängiger LKW mit doppelten Verwendungszweck und Antriebsformel 6x6, also Allradgetrieben, ein Stück. Sechstens. Es ist die Zuweisung von Mitteln für die Zahlung von Gehältern und Gewährung von Sozialleistungen festgesetzt entsprechend dem Gesetz. Der Gesamtkommune für das zugründende Spezialkommando erforderlich, um Gottes Willen. Siebtens. Zahlung der Gehälter festgesetzt entsprechend dem Gesetz der Gesamtkommune erfolgt im vollen Umfang. Gewährung der Sozialleistungen erfolgt auch im vollen Umfang. Die Aufsteckung des Personals und des Fuhrparks ist verbunden mit dem Erlass des Vorsitzenden des Komitees für Innere Sicherheit Nr. 14 vom 30. August 1988, der aller AIS verpflichtet, zulasten der städtischen Haushaltsreserve ein SEK-Spezialeinsatzkommando für die Reaktion auf mögliche Ausschreitungen und Terrorgefahren zu schaffen. Ausgehend von den obigen Ausführungen bitte ich Sie, der AIS-Mittel aus der städtischen Haushaltsreserve für die Durchführung der Obstgenannten Maßnahme sowie für Zukauf und Anlieferung der benötigten Dienstfahrzeuge zuzuweisen. Oberst John Chester, Leiter der AIS von Eisen 1. Oh Mann. So richtig Nein sagen können wir halt bei denen irgendwie langfristig nicht. Also irgendwann... Wir werden uns hier, das ist ein Erlass, wir sind dazu verpflichtet, wir werden uns hier Ärger mit der Partei einhandeln, wenn wir da Nein sagen. Ja. Okay. Also, aber was spannend ist, ich denke jetzt sofort, also ich beobachte, ich versuche mich auch gerade zu beobachten, nachdem ich das alles gelesen habe. Mein erster Gedanke war jetzt hier auch sofort so in dieser Logik, wie wir das jetzt alles erlebt haben. Wenn wir es hinkriegen, dass die AIS tatsächlich auf unserer Seite steht, wobei ich mir nicht sicher bin, was unsere Seite ist und was deren Seite ist, dann kann uns ein Spezialkommando später vielleicht nützlich sein. Aber dieser Gedanke ist schon wieder so eine Sache, wo ich mich angucke und denke, bläh. Ah, steckt dann doch ein kleiner Diktator auch in dir, oder was? Tja, also es zieht mich halt, die Geschichte ist sehr, sehr fesselnd, dass ich versuche, in der Logik der Protagonisten zu denken. Es ist auch völlig richtig. Also ich meine, schlussendlich, wir wissen, dass wir dort in so einem kommunistischen System sind und die Partei hat sowieso immer recht. Und irgendwie sind wir bisher gewesen, wahrscheinlich auch weiterhin sein, in der Situation, dass wir das alles irgendwie in Balance halten müssen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Also ich meine, die wollen ein Spezialeinsatzkommando machen, das nicht unter unserer Aufsicht ist, sondern nur von uns bezahlt wird. Wir wissen nicht, was in diesen Gesetzen drinsteht, die gerade die ganze Zeit immer wieder zitiert werden. Wir haben keine Ahnung eigentlich von dem, was da vor sich geht, aber wir sollen es finanzieren. Ja, und ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz sagen werde, aber ich sage Ihnen jetzt, mich würde sehr interessieren, was in diesen Gesetzen drinsteht. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, das passiert mir im normalen Leben auch, aber dass mir das in einem Computerspiel, in einer virtuellen Welt passiert, ich würde gerne wissen, was in diesen Erlassen drinsteht, um hier eine informierte Entscheidung zu treffen. Und die Repressalien abschätzen zu können, wenn ich sage, nö. Genau, so wenigstens so eine grobe Idee, wirft es uns jetzt nur ein bisschen zurück, sind es einfach nur fünf Punkte bei der Partei, die wir im Zweifelsfall auch verschmerzen können? Oder werfen die uns noch ganz andere Steine in den Weg, sodass wir dann gar nichts mehr auf die Reihe bekommen? Ja. Und abgesetzt werden, oder weiß ich nicht, vielleicht dann später vom Spezialeinsatzkommando als Terrorist eingestuft oder so. Hm. Ja, nochmal kurz auf den Chat wollte ich kurz eingehen. Stiefelkante, danke für die Definition oder Erklärung des Begriffs Polyklinik. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Im Osten war der Begriff Polyklinik von Krankenhäusern abgegrenzt und dabei mit einer gewissen Versorgungsstufe verknüpft, mindestens vier Fachbereiche. Gab es aber auch im Westen, nur dass das nicht so genau definiert, außer dass es ein Ärztezentrum mit Anschluss an ein Klinikum Krankenhaus war. Okay, wusste ich so nicht, ist ja auch spannend. Danke dafür. Ja, vertraut euren Arbeitern, wehret den Anfängen. Oh, Edelhack. Hey. Edelhack ist da. Schönen guten Abend, Edelhack. Und der haut auch direkt mal einen Sub raus. Herzlichen Dank. Dankeschön. Der dritte Monat in Folge. Danke, danke, danke. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Na, Bönd. Okay, vierte Abteilung. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River von Jean, von Frau Kippler, Leiterin der munizipalen Dienste von Eisen 1. Zustandsbericht des Komitees für Lebensunterhalt. Wahrscheinlich, nochmal ganz kurz, im munizipalen Dienst ist das so eine Verwaltungsorganisation, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ja, Zustandsbericht des Komitees für Lebensunterhalt, also wird das... Ich versuche das gerade zu übersetzen, um es so ein bisschen greifbar zu machen. Eine Stadtgemeinde betreffend, munizipal, lateinisch. Okay. Gott sei Dank haben wir die alles wissende Müllhalde. Okay, erstens Dienstfahrzeuge gemäß Plan 4, Dienstfahrzeuge vorhanden 3. Drittens die Auffüllung durch folgendes Gerät ist erforderlich. Schneeflug mit zwei Scharen für die Montage an einem Traktoreinstück. Abnutzung des städtischen Heiznetzes 40%. Die Zuweisung von Mitteln für den Kauf neuer Rohre und die Arbeiten für ihren Austausch ist erforderlich. Sechsten Zahlung der Gehälter festgesetzt, entsprechend dem Gesetz der Gesamtkommune, erfolgt im vollen Umfang. Gewährung der Sozialleistungen erfolgt im vollen Umfang. Bei der Durchführung planmäßiger Maßnahmen zur technischen Prüfung der gegenwärtigen städtischen Heiznetze wurde festgestellt, dass eine Abnutzung 40% beträgt. Im Winter drohen der Stadt dadurch ernsthafte Probleme. Falls die Temperatur sinkt und unter den zulässigen Betriebsnormen bleibt, werden sich viele Einwohner der Stadt ohne heißes Wasser und ohne Heizung wiederfinden. Außerdem wurde eine planmäßige technische Prüfung der Schneeräumgeräte durchgeführt, im Laufe derer festgestellt wurde, dass ein Gerät gestohlen wurde. Die entsprechende Anzeige wurde der Miliz bereits übergeben, weshalb wir ein fehlendes Gerät hinzukaufen müssen. Ausgehend von den obigen Ausführungen bitte ich Sie, den munizipalen Dienstmittel aus der städtischen Haushaltsreserve für die Durchführung der oben genannten Maßnahmen so viel für Zukauf und Anlieferung der benötigten Dienstfahrzeuge zuzuweisen. Jean Kipler, Vorsitzender des Komitees für Lebensunterhalt der Stadt Eisen 1. Oh Gott. Okay, vermute ich richtig, dass der Instinkt oder der demokratische Wir-leben-alle-fröhlich-und-glücklich-zusammen-Instinkt sagt, Feuerwehr und soziale Dienste oder Verwaltung, Ausstattung? Wäre sofort mein Ding gewesen, ja. Ich meine es auch. Und wir wissen aber in der Logik des Spiels, dass das wahrscheinlich keine gute Idee ist. Oder wollen wir es drauf ankommen lassen und einfach gucken, was passiert? Ich hätte jetzt gesagt, also was haben wir auf dem Tisch liegen? Also ich versuche jetzt mit der geringen Informationen, die wir haben, etwas zu Schluss folgern, nämlich die Sache mit dem Krankenhaus fliegt schon mal raus, also mit Krankenversicherung aufstocken, weil das ist nicht unser drängendes Problem und wir haben Zweifel. Diese Nummer mit dem Sondereinsatzkommando ist eine Verfügung. Wenn wir der nicht zustimmen, haben wir eventuell Ärger mit der Partei. Aber da das ein Erlass ist und eventuell so wichtig ist, werden sie uns an irgendeiner Stelle zwingen, entweder ins Minus zu gehen oder so und das trotzdem durchzuführen. Würde ich jetzt pauschal unterstellen. Wenn wir die Feuerwehr nicht ausstatten, dann laufen wir Gefahr, dass die ganze Nummer abbrennt. Wenn wir Schneeräumung und Heizung nicht ausstatten, laufen wir Gefahr, dass wir keine Produktion mehr haben, dass wir in irgendeiner Form wirtschaften können. Von der Logik her würde ich sagen, wir finanzieren nicht das SEK, weil an irgendeiner Stelle wird Druck aufgebaut werden und dann haben wir hoffentlich schon neue Feuerwehrautos beschafft und das Heizungssystem repariert. Wir versuchen so viel durchzubekommen, wie wir können, solange es ist. Genau. Vielleicht geht das ja auch vor die Wand und dann müssen wir neu. Oder ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ich meine, es ist eine Graphic Novel, aber an dieser Stelle würde ich tatsächlich sagen, wir sind in dieser Situation. Wir müssen auch mal hier an dieser Stelle, der Partei wird es nicht gefallen, wenn Eisen 1 abbrennt oder die Arbeiter alle krank werden, weil sie kein warmes Wasser haben. Wir müssen auch das Volkseigentum dem Volk zu tun. Richtig. Also anders kann man es ja auch kaum argumentieren. Den Leuten soll es ja auch gut gehen und momentan ist zum Beispiel die Zustimmung im Werfleutebezirk wirklich nicht so hoch. Genau. Und wenn die uns nicht mögen, kriegen wir überhaupt nichts mehr umgesetzt. Tja. Ach, ich sehe, wir sind fertig. Ähm, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen, nicht wahr? Mhm. Mir scheint, dass die folgende Behörde wirklich Finanzierungsbedarf hat. Brandschutzkomitee. Äh, Entschuldigung. Äh, schön, bleibt noch die zweite Behörde auszuwählen. Äh, ich denke, das Stadtkomitee muss helfen, dem Komitee für Lebensgrundlagen. Ja. Gut, Francis. Den Rest erledige ich selbst. Helen, warte mal. Reicht das restliche Geld auch für uns selbst? Es hat immer gereicht, ja. Genosse Lewowski hat von Zeit zu Zeit im Gebietskomitee angerufen und Unterstützung angefordert, wenn das Geld im Haushalt knapp wurde. Und Sie sind ihm entgegengekommen? Ungewöhnlich. Ja, aber über diese Anrufe hat man sich in Gebieten nicht gefreut, wenn Sie das meinen. Aber ja, Geld ist bald gekommen. Also, dann muss ich auch mal mein Glück versuchen. Ich bin sicher, alles wird gut, Francis. Okay, warte mal, die Stadt war ständig am Rande der Pleite und der alte Ortsvorsteher hat sich Gefallen erkauft. Anscheinend. Oder andersrum hat sich kaufen lassen. Oder er hat Mittel erbeten. Ich würde ihm jetzt erstmal... Aber er musste ja irgendwas dafür tun, wenn man sich über diese Anrufe nicht so sehr gefreut hat. Das stimmt. Aber er hat Wolfram geliefert. Oh, guck mal. Unser Budget. Sechs. Auf einmal ist nichts mehr da. Sechs. Das war vorher 406. Ja, wir können uns also jetzt schon innerlich auf den Anruf bei der Parteizentrale einstellen. Ja, hier ist ja auch schon die Sprechblase. Aber erstmal müssen wir ans Telefon gehen. Ja. Genosse River, da ist ein Anruf von der Leiterin des Komitees für Lebensgrundlagen. Verbinde mich bitte. Guten Tag, Genosse River. Hier ist das Komitee für Lebensgrundlagen. Guten Abend, Genossin Kippler. Sie haben bewiesen, dass Sie sich gegenüber Ihren Verpflichtungen verantwortungsvoller verhalten als Ihr Vorgänger. Vielen Dank für die zugewiesene Mitte. Ich weiß doch, dass das Stadtkomitee gute Leute baut. Deswegen werde ich eine Dame bitten, Ihnen zu helfen. Adeline, meine alte Freundin, ist sehr verantwortungsbewusst. Sie hat früher bei der Lokalzeitung gearbeitet. Mit Gottes Hilfe retten Sie Eisen 1. Vielen Dank für den Vorschlag, Genossin Kippler. Ich hoffe, dass wir gemeinsam viele Probleme der Stadt lösen werden. Auf Wiedersehen, Genosse River. Auf Wiedersehen, Genossin Kippler. Hei, 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 hei. Geht direkt weiter. Aber sie ist auf unserer Seite. Ja. Genosse River, da ist ein Anruf vom Leiter des Brandschutzkomitees für Sie. Verbinde mich bitte. Hallo, Genosse River. Hier ist Oberstleutnant Bayer. Guten Tag, Genosse Oberstleutnant. Ich wollte sagen, dass ich Ihnen sehr dankbar bin, dass Sie meine Bitte ernst genommen haben. Ich bin Ihnen etwas schuldig, Genosse River. Als Zeichen der Dankbarkeit werde ich Ihnen meinen freien Mitarbeiter schicken. Anthony ist ein fleißiger und kräftiger Junge. Ich bin sicher, dass er Ihnen nützlich sein wird. Ich werde daran denken, Genosse Bayer. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, die Leute in der Stadt mögen uns. Wir sind halt pleite, aber die Leute mögen uns schon wieder. Das hatten wir. Das kennen wir doch, oder? Ja, um Gottes Willen. So, dann würde ich sagen, okay, sechs. Ja, rufen Sie im Gebietskomitee an, um eine Auffüllung des Budgets zu erbitten. Dann würde ich sagen... Ich bin echt gespannt. Sekretariat des Gebietskomitees, guten Tag. Sprechen Sie bitte. So, zwei Optionen. Guten Tag, hier ist das Stadtkomitee von Eisen 1. Wir benötigen eine außerplanmäßige Erweiterung der Finanzierung. Oder, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Nee, wir machen jetzt keinen Rückzieher, wir probieren das mal. Was haben wir zu verlieren, außer gesagt zu kriegen, nö? Würde. Moral. Also. So läuft das bei uns nicht. Na gut, dieses Mal helfen wir Ihnen. Sie haben sich bislang gut gehalten. Versuchen Sie aber künftig selbst zurecht zu kommen, wie es sich für ein verantwortungsvolles Parteimitglied gehört. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Das war ja einfach. Naja, wir haben 40 gekriegt. Also, das ist schon was anderes, wo wir vorher 400 hatten. So, hier haben wir nicht bewusst, wie viel Geld jetzt mit dieser Entscheidung, also, wie viel Geld die einzelnen Institutionen bekommen. Ja, aber wir können ja eh nichts stellen. Es ist schwarz-weiß gewesen, ne? Ja. Das war's für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lass gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv slash andere Lampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss.